Herzlich Willkommen zum zweiten Part von Let's Play STP 087 B mit Max. Hi. Schöne Begrüßung. Hi. So, wir hatten das ja einmal gespielt und wir wurden richtig in den Arsch gepetered. Ja, das war ganz schön hartes Spiel. Also, das ist mir dann doch nichts. Das Spiel an sich ist eigentlich scheiße und wir wurden einfach erschreckt. Junge. Ja, also wie gesagt, es ist halt wirklich simpel aufgebaut, so wie Slender. Nur halt, ja, es geht um die Musik, um den Moment, man erwartet es nicht. Wenn der nochmal irgendwie so aus der Wand kommt, dann hänge ich mich nach dem Let's Play auf. Eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf. Ich auch nicht. Jetzt müssen wir uns nicht antun. Warum? Weil ich keinen Bock habe, mich zu erschrecken. Los, jetzt gucken! Ja, mein Cousin hat das mal kurz gespielt und man kann sogar hinfallen. Also, es gibt so Löcher, wenn du da reinläufst, bist du tot. Was, ernsthaft? Ja. Du läufst so falsch, du weißt doch, Standardweg. Standardweg, was ist denn Standardweg? Immer nur nach rechts, wenn du in der Treppe runterläufst, immer nur nach rechts und dann runter. Immer nach links? Sonst dann... Nee, wenn du die Treppe runtergehst, dann musst du direkt rechts gehen und dann ist die nächste... Boah! Das Spiel kann nichts außer erschrecken. Es hat nichts auf dem Kasten. Ja, willst du vielleicht spielen? No. Oh! Oh Mann! Hm. Hm. Ich hab eigentlich auch keinen Bock mehr. Ja, also dann, beende es. Wir wollten... So Leute, das war das Gameplay von SCP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hey, komm, das Team wird durch. Mach halt ein bisschen leiser noch. Nur ein bisschen, ein bisschen. Ups. Ja, okay. Das schaffen wir. Ja. Halt dir nicht die Ohren zu! Mach ich gar nicht. Was ist das sonst? Hey, ich mach einfach nicht. Ja, klack! Hinter dir ist jetzt zu. Geil! SCP. Der Mann mit dem netten Gesicht. Ich hab mich irgendwie grad sau schnell gedreht. Okay. Ich hab keinen Bock, dass der gleich wieder aus der Wand hüpft. Ich auch nicht. Wir sind erst bei neun. Wir hätten das das eine Mal direkt durchziehen sollen. Wann war das bei uns eigentlich? Also bei mich? 16 oder 15? Echt? 16, 16. Okay. Guck hin! Mann! Fresse, Alter! Mit Facecam wär das bestimmt lustig. Gar nicht. Da wär der Typ schon gekommen, wenn er eben geht. Und dann werden wir eh wieder nur extrem erschreckt und dann ist es eh wieder fertig. Das Spiel kann gar nichts außer einen erschrecken. Kommen wir näher hier ans Mikro ran. Voll schlecht gemacht eigentlich. Ist die Kacke. Los, wir stehen das jetzt hier zusammen durch. 12. Mysteriös. Und wieder dieser fessige Flügelschlag. Scheiße, Mann! Wir nähern uns der 16. Bei uns war es 16. Bei uns war es 16, wirklich. Oh lol. WDR? Scheiße! Ich werde beeinflusst von dunklen Mächten. Lauf rückwärts runter. Lauf rückwärts runter. Lauf rückwärts runter. Was ist dahinter? Nichts. Alter! Was denn? Ich hab keinen Bock, dass der Typ jetzt einfach so kommt. Du musst es nicht machen, Sarah. Du musst es nicht. Doch! Es ist meine Bestimmung! Ah, geh runter. Brauchst du Oropax oder so? Da könnte ich es vielleicht zocken und blind. Ja, einfach nur die Tasten drücken. W, A, S, D. Und die Maus bewegen. Scheiße, Mann. Okay! Okay! Ah! Lala! 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 Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! So. Es wird immer härter, meine Freunde. Die Maus wird erdrängt durch Schweiß an meiner Hand. Und? Jetzt hältst du dir aber die Ohren zu. Ja, ich wollte gerade bei der Stelle, wo die Treppe runterläuft, wo es genau zu der Zahl geht, wo wir das letzte Mal erschreckt wurden. Komm! Ja, okay. Ey, du bist ein bisschen scheiße, weil ich habe meine Hände auf der Tastatur, die eine und die andere an der Maus. Ja. So, du bist schon wieder weit weg am Mikro. Ja. So. Warte mal, kann ich nicht so? Ne. Okay, mit den Schultern kann ich mir meine Ohren nicht zu halten. Komm! Du musst mir die Ohren zu halten. Nein! Ah! Da ist irgendwas! Scheiße, Alter! Zockst so frech weiter! Nein! Guck nicht weg! Warum? Warum ich? Okay, das ist auch nichts. Okay, machen wir es so. Ich bewege die Maus und du machst die Pfeiltasten. Dann können wir uns beide die Ohren zu halten. Aber nur eins. Nein! Mit der Schulter, das andere Ohr. Lauf! Lauf, du Knecht! Würden wir das mit der Facecam machen, wir würden uns alle für bescheuert halten. Ja. Lauf! Lauf, Junge! Alter! Okay, es passiert immer noch nichts. Langsam könnte auch mal was passieren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das war viel... Ist der da? Ist der da? Nein! Lauf, Lauf! Ah! Adrenalin! Warte mal! Guck mal, guck mal wieder! Ich glaub der ist weg! Ich glaub der ist weg! Alter! Scheiße! Scheiße! Okay, das ist noch ein Tick härter als Länder irgendwie! Alter! Gewinnt man doch irgendwie mal nicht! Also man wird irgendwie brutalst erschreckt damit und dann verliert man den Weg. Ich glaub schon! Guck wenigstens hin, Mann! Wenn du dir schon die Ohren zählst! Ja, ich kann... Ich muss auch einen Kopfhunde machen, sonst kann ich mich auch nicht zuhalten! Scheiße! Scheiße! Das sind nur diese billigen Augen, da passiert nichts! Lauf! Lauf Schlampe, Lauf! 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 24, Alter! Mal wieder im Gelände! Ich hab schon lange nicht mehr gesehen! Beziehungs noch gar nicht irgendwo! Doch, doch! Am besten wir fallen jetzt in ein Loch rein und dann war's das! Scheiße, es geht weiter! 29 schon? Oh fuck! Scheiße! Bitte! Fall in ein Loch! Bitte! Boring! Oh Mann! Fuck! Okay, kurz stehen dann! Oh Junge! Okay! Hoffentlich die letzten Meter! Das Let's Place! Jetzt lauf mal richtig! Scheiße! 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 Oh Junge! Oh Junge! Respekt an die Leute, die dieses alleine zocken! Okay! Langsam macht's keine Rolle! Ah! 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 Ein Geräusch! Eigentlich hätt ich reinlaufen müssen! Damit wir sterben! Okay! Wir hören jetzt auf und die Ohren zuzuhalten! Lauf mal jetzt! Los! Leute sind behindert immer in die Wand. Aber wenn die Treppe runtergehen, ich hab jetzt Respekt vor Treppen runterzugehen. Ich hab jetzt Respekt davor, Treppen runterzugehen und nicht anderes hinzugehen. Gerade wenn jetzt auch noch so Ziegelsteine sind. Oh, da stand keine Zahl. Das steht dann natürlich am Ende. Die wären gleich nur 33 Stande, glaube ich gerade. Ja, 33. Scheiße, Mann. Komm doch ab, Juku. Alter, kann der uns jetzt nicht um die Ecke bringen? Man verreckt in dem Game gar nicht. Doch. Nein, die waren nur zu dumm um auszuweichen, bei denen wir das Gameplay gesehen haben. 35. Vor allem wir zocken so zweit, ich guck und du läufst. Es ist noch schwieriger, da richtig zu agieren. Lauf mal, lauf mal weiter. Lauf, lauf, einfach, lauf mal. Lauf. Okay, Leute. Ähm, das Spiel hat sich jetzt geschlossen, deswegen sind wir jetzt hier nochmal am Anfang. Okay. Das war das Let's Play zu SCP 087 B. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Vielleicht will der Max noch was sagen. Also, das Spiel war echt hart. Empfehle ich keinen von euch. Und mehr Respekt an den, der das wirklich alleine zockt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.